Weidmannsheil Drei Jager sind beim Stammtisch gesessen, vor zwei, drei Wochen ist das gewesen und wissen halt so zu berichten von ihren eigenen Jagdgeschichten. Der Erste, der hat halt geprollt von seiner letzten Jagd im Wald und meint, ich hab eine Höhle gesehen, bin vor der Höhle unbegelegen und hab ins Loch hineingeröhrt, das hat ein Hirschenscheinbar gestört, der ist dann aus aus dem Loch, ich reiß mei Bixen ganz schnell hoch, schieß und hab, ich sag's ganz offen, den Hirsch mit einem Schuss getroffen. Der Zweite war als nächster dran und fangt gleich zu erzählen an. Ich, lang nix gesegen und schon sauer, Birsch im Wald, stets auf der Lauer, da hab ich auch eine Höhle gesegen und bin wie du halt zubegelegen, hab in die Höhle reingeprompt und gewartet, bis was rauskommt. Auf einmal kommt da was daher, ich schau genau, es war ein Bär, ich hab dann fix und unverdrossen angelegt und den Bären da schossen. Der Dritte meint dann darauf gleich, bei mir war es auch so, wie bei euch. Er war von oben bis nach unten mit Gips und Faschen eingebunden. Ich sieg im Wald vor mir ein Loch, reiß drauf hin mei Bixen hoch, hab zu mei Pfeiferle gegriffen und ins Loch hineingepiffen. Auf einmal kommt, das ist kein Lug, kein Fisch heraus, es war der Zug. Und die Moral von der Geschichte, das könnt sie jetzt glauben oder nicht.